In diesem Video wollen wir dir kurz erklären, mit welchem USB-Kabel du dein Powerbrain mit dem Computer zum Programmieren, Updaten oder Wiederherstellen benutzen kannst und welches du zum Laden benutzen solltest. 1. Das Tinkerbots Ladekabel ohne Fähnchen, das in Baukästen bis Februar 2016 mitgeliefert wurde. Mit diesem Kabel kannst du die Batterie deines Powerbrains über den Ladeadapter aufladen. 2. Das Tinkerbots Ladekabel mit einem gelben Fähnchen, das in Baukästen seit Februar 2016 mitgeliefert wird. Mit diesem Kabel kannst du die Batterie deines Powerbrains über den Ladeadapter aufladen. 3. Das Tinkerbots Programmierkabel mit einem violetten Fähnchen, das in Baukästen seit Februar 2016 mitgeliefert wird. Mit diesem Kabel kannst du dein Powerbrain mit dem Computer verbinden, dein Powerbrain und Module programmieren, updaten oder wiederherstellen, bitte benutzen es aber nicht zum Laden mit dem Ladeadapter. 4. Ein handelsübliches USB-Kabel, das nicht von Tinkerbots stammt. Stecker Typ A und Typ Mini B 5-Polig. Mit diesem Kabel kannst du dein Powerbrain mit dem Computer verbinden, dein Powerbrain und Module programmieren, updaten oder wiederherstellen, bitte benutze es aber nicht zum Laden mit dem Ladeadapter.